Der IW3-Berührungssensor ist ein einfacher, aber außergewöhnlich präziser Sensor, der den Druck erkennt, wenn die Fronttaste berührt oder entlastet wird. Zudem erkennt er einmaliges Drücken oder Zählt, wie oft die Taste gedrückt wurde. Mit diesem Sensor können die Schüler Start-Stop-Steuersysteme bauen, Roboter gestalten, die aus einem Labyrinth herausfinden und die unzähligen Verwendungsmöglichkeiten dieser Technik entdecken, die und andere. Untertitelung des ZDF, 2020